Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3. Wie drückt sich das aus, wenn du Gott liebst? Johannes sagt wahrscheinlich nicht alles, was man dazu sagen kann, aber eine doch wichtige Aussage. Wenn du Gott liebst, dann wirst du seine Gebote halten. Jesus selbst hat mal gesagt, ja, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und daran merkst du, dass die Freundschaft mit Jesus keine normale zwischenmenschliche Freundschaft ist. Wenn dein menschlicher Freund das zu dir sagt, dann ist ein bisschen Gefahr im Verzug. Aber die Freundschaft mit Jesus ist nie auf einer Augenhöhe oder die Liebe zu Gott, wo wir so gegenseitig unsere Meinung austauschen, sondern er ist der Herr, er ist der König. Und er zieht uns ins Vertrauen als seine Freunde, er nennt uns seine Geliebten. Aber Ausdruck dieser Liebe ist dann, dass wir ihm folgen und dass wir auch seinen Willen tun. Und dann sagt Johannes noch was, und das ist vielleicht noch herausfordernder. Er behauptet einfach, seine Gebote sind nicht schwer. Und ja, vielleicht merkst du, ja, es gibt aber doch Dinge, an denen ich zappel oder wo ich immer wieder auf die Nase falle. Oder das ist so viel, was ich eigentlich tun müsste und ich kriege das gar nicht alles hin. Ich glaube, es hängt mit dem ersten Teil des Verses zusammen. Wenn du Gottes Gebote hältst aus Liebe zu ihm, dann ist das keine schwere Last. Ja, mit meiner jetzigen Frau hatte ich über dreieinhalb Jahre eine Fernbeziehung. Sie war in Großbritannien und ich war in Deutschland. Und ich habe sie mal besucht per Fernbus. Und nach London, das war eine 14-Stunden-Reise und die steckte mir ziemlich in Knochen hinterher. Aber das war nicht schwer, weil es mir wert war, weil es aus Liebe geschehen ist. Wenn jemand so gesagt hat, fahr doch mal 14 Stunden Bus, hätte ich gesagt, du liebe Zeit, nein. Nein, aber für diesen geliebten Menschen habe ich das gerne gemacht. Und so kann Johannes sagen, ja, für Gott, um der Liebe Gottes willen, da können wir auch herausfordernde Dinge tun, die vielleicht äußerlich schwer sind, aber die Liebe Gottes treibt uns. Und ich lade dich ein auf diesen Weg. Wir tun nicht Gottes Gebote, damit er uns liebt oder damit er uns glaubt, dass wir ihn lieben oder so, sondern aus der Liebe, die wir empfangen haben. Und dann ist es nicht schwer, sagt Johannes. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst und dass du uns zuerst liebst, bevor wir irgendetwas getan haben. Und du leitest uns auf diesem Weg, wo es leicht wird, dein Willen zu tun, weil wir mit dir in Liebe verbunden sind. Ich bete, dass wir das erfahren. Dazu segne du uns, Herr. Amen. 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 Vielen Dank.